Servus Leute, ich bin's wieder, euer Grafs Nekula und heute habe ich wieder ein altbewertes und gut bekanntes Produkt für euch, nämlich das T-Wigs. So, das kennen natürlich alle, das ist so dieser Schokokeks unten und das Karamell drüber, umhüllt mit Schokolade. Umhüllt oder ummantelt, da streiten sich natürlich die Linken und die Rechten, so wie sie es auch in der Politik tun, aber das geht uns ja nichts an, wir sind hier da zum snacken, zum genießen und zum testen. Deswegen reißen wir hier eins dieser T-Wigs auf und dann probiere ich die zusammen mit euch. So, da haben wir es dann auch schon. Ja, ich beiß erstmal rein, mmmh, echt lecker. Wie gesagt, hier der Keks, die Karamell, die Schokolade. Jungs, ich zeige euch, wie ich die immer esse. Ich beiß nämlich immer unten den Keks runter. Schon ungefähr. Und jetzt schon das Karamell alleine. Mmmh, das ist schon lecker. Also ich gebe den T-Wigs 8 von 10 Sternen. Kann man sich immer mal gönnen. Es ist so, beim Zocken, beim Zocken mag ich die nicht so gern, weil wegen dem Keksgeräusch, das nervt dann die anderen, weißt du. Weil du machst dann und ist ungut auf die Ohren. Und was hättest du. Deswegen da ist ein Mars oder ein Snickers natürlich sozialer. Das T-Wigs ist wirklich eine Empfehlung wert. Gönnt euch das. Bis zum nächsten Mal. Euer Lars Nikola.